Was? Das ist nice. Ja, wie kannst du nur Opfern? Hey, guck mal, da ist direkt ein Jen bei uns. Such dich selbst. Wieso starte ich immer alleine? Mann, ich hör schon wieder deine Karte, Alter. Oh, ich hör'n Jen. Hallo! Versteh' ich nicht. Wieso ist das auf... Ich muss riskieren. Wie soll das die dazu? Okay, das wirst du noch. Als Special Ability oder nicht? Nee, das ist als Secondary Action. Schon wieder. Aber er sieht anders aus. Er hat sich nur umgezogen. Er wusste, dass wir es sind. Es geht in mir hinter... Oh Mann, ich häng' überall fest. Oh mein Gott, das ist ein Baby. Er zwinkt auf dieses Window. Erstmal zum Fake Infinity gehen. Fake Infinity. Ich wünsche, ich hätte eine Tasche... Alter, was? Wieso läuft das da lang? What? Er läuft halt einfach... Er läuft komplett strafed irgendeine Ecke hin, so. Oh mein Gott. Er hat mich gerade angeguckt, als ich da weiter verfallen. Ich werde da durch dein Fenster geschlagen. Horrors. Mann, fuck off. Du kriegst... Du kriegst Prooferself während ich auf deinem Rücken... Er hat Iron Grass und Erregung, btw. Oh, lol. Alter, er hat eine Grid! Er hat... Komplett Leute auf dem Rücken, Alter. Oh mein Gott, so eine Ecke. Er hat noch Eregration? Okay, ja. Er hat Eregration, Red Grids, Iron Grass. Ey, ich habe wieder eine 5-1 zuerstatt bekommen. Ja. Ja, das ist halt irgendwie traurig... Ich finde es halt traurig, dass er trotzdem an einen Harten kommt. Aber das ist halt... Voll komisch. Vor allem, er ist... ... quasi reißgelaufen, einfach nicht. Der Kobe... Ah, nacky. Also, der campt. Er, er ist bei uns. Er hat das benutzt, diese Pinze. Ja, ich hab's gehört, dass er einfach Funken gemacht, Alter. Beim End... Wie sind die Perks mit dem... Egal. Ne, ich war bei einer Scheißverletzung. Hast du auch, ähm... Proof, dass der wird? Ja, das... Kannst mich so oft anheilen. Ich hab schon... Ich hab schon Zielkategorie voll. Renn. Renn wirklich weg. Er kann nicht ziehen. Ey, weil... Seine Perkumpe besteht darin, dass wir ihn nicht blocken können. Quasi. Und er ist schnell, wenn da jemanden trägt. Und ist dort länger zu wegen. Ja, ich gerettet mich halt, Boat scheint. Ja, gegen... Ja, gegen den Geist, ja. Ja. Guck mal, er ist doch wieder sichtbar jetzt. Ja, weil er hat er jetzt sofort. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Wer hat die geopfert? Ein Opfer. Ihr habt ihr aber auch gesagt, du sollst nicht hinrennen. Also nicht hinkommen. Ich wollte halt versuchen, einen Flashlight zu machen. Warte, ich hab's gekloppt. Der hat wer geguckt. Ich muss halt diese... Ah, ich kann ja nicht blocken, ne. Stimmt. Wollte vergessen. Egal, ich hab eh ground time. Ja, ich wollte ja sagen, we gonna live forever. Ja, ich hab jetzt schon zwei Stacks, aber ich hab das Podcast Level 1. I'm lucky. Kick. Pff, schön schnoren neben mir. Er ist bei mir. Ich finde, man sollte, wenn man in diesem Lichtstrand ist, mehr Punkte kriegen. Eindeutig. Also liegen Punkte fürs Heilen oder so, wenn man alle hier in so einem Kreis hält. Makes sense. Wollte ich sagen, der ist jetzt in die Gefahr und macht die Toilette nicht kaputt, oder was los mit dem? Er kommt zu uns zurück, oder? Er geht wieder unsichtbar. Er hat mich halt verloren. Ich schaff's noch, ich schaff's noch. Alles gut, Arthur. Das war mir. Ach, ich seh's gerade. Ich mach den Jenner nicht dir weiter. Danke fürs Blockieren. Also da... Auto-Aim hat ihn grad so gefickt, ne. Ich hab mir dann einfach nur angeguckt, was dem Auto-Aim gefickt hat. Und auf ihn drauf gezeigt. So richtig so... So dumm aus. So hässlich aus. Hat leider nicht geklappt. Schnell vor, es hat ja geklappt. Es wird dann Big Drain gewinnen. Wir sind nicht in Beta. Das hast du gemacht. Mann. Ja, wenn du ein bisschen wegen Wiggle nach links geflogen hätt's geklappt. Das stimmt zwar, aber die Hitboxe sind nicht mehr so brawn wie früher. Ja, komm zu dir, komm zu dir. Komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir. Komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir. Ja, aber World Time solltest du es aktivieren, ja. NIE! Sorry! Ja, er hat doch das... Er hat sich Allen dabei gekriegt. Er hat ja kein Heartbeat, wenn er sichtbar geht. Ich mein, ich hab ein Breakable, aber ich hab kein Saleszeug. Er jagt mich eh. Ja, wir nehmen mich ja, dann würd ich mich an. Naja, wir haben Breakable dich. Nö, was? Äh, ich such mal. Er, er geht zurück, er geht zurück. Ja, aber ich wäre schon gehalten. Ich schaff das schon. Wir schaffen das. Ich versuche doch mal hinzukommen. Haben wir den denn ganz in der Mitte schon gemacht? Ja, haben wir. Und, schaffst du's? Ja, sehr gut, der Arthur hat's geschafft! Ben! Oh mein Gott. Ich hab, ich hab endlich meine... Ach du meinst mich? Ich hab grad... Ich hab... Der Raum in der Mitte ist halt so laut. Er hat mich... Wo ich draußen war, hab ich's erst gehört. Hat's wirklich geklappt? Ja, du hast doch gesehen, dass du denn das hast. Ich hab's nicht gesehen, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du kriegst doch auch Punkte, es wird auch Punkte aus. Entweder oben rechts liegt... Ja, oder rechts in der Mitte liegt halt 500 Punkte für's Blenden. Oder der Beam macht halt quasi nochmal... Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Alter, Larry ist so strange. Irgendwie, wenn die Jens fertig sind, ist es viel zu hell mittlerweile. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Ich höre dich schnurren. Nicht dahin renn! Das war der Falsch. Das war der Falsch. Renn doch! Das machst du! Beim Lichtstrahl ist die Toilette. Einfach den nervigen Sound folgen. Oh mein Gott! Echt? Ich bin grad zu Tode erschrocken. Was macht ihr denn da? Oh mein Gott! Ich wollte Atom beschütten. Wie weit ist denn dein Gen, Pjörn? Was denn? Wer ist denn dein Gen? Hälfte. Ich habe nämlich die Adrenalin. Du bist nicht ganz weit weg. Ganz weit weg. Ja, hebt mich jetzt auf, hebt mich auf. Das ist richtig anlagig. Ich wollt grad sagen, willst du gegen deine Verrückung teilen? Pass auf! Okay, kommt ihr kommt! Renn weg! Lop! Ich habe vergessen, dass er Agitation hat. Gaaah! Alter, wenn er jetzt noch Mord hat, dann geht's weiter. Adrian, du kannst mich, glaub ich, retten. Nein, oder? Nein, oder? Warte, er hebt mich nämlich auf. Er kommt zu mir, er kommt zu mir! Pass auf! Ah, er hat ihn nicht rein gesehen. Ich bin voll. Ich hab mich hier. Hast du keine Brecke? Ich hab das noch gar nicht. Ich hab das noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, er hat noch nicht mal... Adrian, kannst du mich abfarmieren? Ich wollte gerade sagen, ich krieg gleich Adrenalin, also... Ja! Ich hab mich so auf Pflicht! Fahr mich, babe! Fahr mich ab, Adrian! Nein, ich wär's für voll! Ich verkaufe dann halt nicht! Er ist wieder bei mir, er ist bei mir wieder. Er ist wieder bei mir. Er hebt, ach, du auf! Ja. Hab doch gesagt, ich sollst herkommen, du Kek! Junge, ich hab... Ich musste mich übelst konzentrieren, Alter! Ich wurde übelst verfolgt bei einer Anzeige-Pallet! Alter, das war so gutes Spiel von mir, ey! Alter, du bist so bester, der bei der das Spiel ist. Ah, ja. Der Glitch-Ready, hättest du das gesehen, ne? Ich würde sogar sagen, hängst du doch einmal hier ab! Perfekt! Ich brauche sie gerade drunter liegen. Boah, ey, das war so gut von mir! Er ist wieder bei mir! Boah, du bist so schlecht! Wo ist denn denn die Ausgänge? Ey, wenn... wenn ihr noch einmal diese Map... Ne, es... Wenn ihr noch einmal diese Map opfert, kriegt dich direkt! Ich opfer die nicht mehr, ich wollte sie nur opfern, weil... Erst by the way bei mir! Oh, ne Flash-Lash! Scheiß, das ist meine Karte! Alter! Dann nehm ich's ja, ich nehm die mit! Die Verletzung hast du erst... Gone wegen mir! Alter, ich häng auch noch fest! Alter, ich hasse mich viel! Nein, hör auf! Ich weiß halt gerade nicht, wo die Ausgänge sind! Ich kann Monster erschaffen! Ja, selber schulde! Wollt grad fragen, habt ihr wenigstens einen Ausgänge mittlerweile gefunden? Ja, ich suche! Ich suche! Ich hasse Adrenalin! Hinter mir ist nämlich noch ein Ausgänge! Ich weiß nicht, wie ihr den übersehen habt! Run! Oh, run! Ah, ich glaub hier ist einer! Aber du hängst jetzt genau hier beim Ausgänge! Ne! Der ist voll weit weg by the way! Ich weiß nicht, Emily! Was du da machst! Ich komm nämlich jetzt Spaceman! Ach so! Jo, ich öffne das Ausgängestor! Ich hab ne Flashle, ich kann ihn burnen! Ich wollte das sagen, vielleicht denkt ihr, ich hab die zwei, aber wir haben keine Obsession! Null! Der Meister ist das 90%! Ich bin so dead! Guck mal zurück! Hi Emily! Sorry! Ich hätte ein bisschen später abhängen sollen wegen... ...Bowtimes! Ja, der tatet by the way! Okay, da seid ihr? Ach da! Ja, ich hab Recover mal mit Unbreakable! Ja, ich hab Exorgen! Ich weiß immer noch nicht, wo der Ausgang ist, den du geöffnet hast! Der war links von dir! Aber okay! Da bin ich gesehen! Da, bei dem Eingang, wo du gerade eben warst! Ah, da! Genau da! Also ich seh ihn gerade! Der ist gerade oben bei der Treppe und guckt sich um! Ich warte gerade, bis ich runtergehe, um es zu retten vielleicht! Nein! Er hebt mich auf! Oh! 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 Ja! Ja! Ja, okay, heimlich mal! Das ist ein netter Killer! Das ist ein Zeil! Vielleicht lässt er mich auch nicht blinden! Für ein paar Punkte! Ah, fuck! Ich hab meine Pellet-Chase-Scheiße! Ähm! Ihr hielt euch bei mir ineinander gerade! Ja, passt doch! Also ich bin an seinem Schnippel! Nein! Nein! Alter! Warte mal! Den Screenshot muss ich euch gleich zeigen, Alter! Ja! 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 Oh, mein Taschen ist noch ein bisschen leer! Okay, tschüss! Mach mal was er für das Perk!